Recht herzlich willkommen zur 28. Folge von Oxygen Not Included. Ja, wir müssen unser Haustier irgendwie da mal gerade einfangen, dass wir dann auch gucken... Wo ist denn das jetzt schon? Gerade nicht so doll, wenn wir den jetzt nicht finden. Ah, dahinter versteckt er sich. Slickster, der Slickster, der geht jetzt hier mal gerade so ein bisschen spazieren und... Wir können den angreifen, aber nicht einpacken. Das ist das größte Problem, was wir gerade haben. Hier unten haben wir einen Tieraufsetzer. Aber wir brauchen wahrscheinlich erstmal jemanden, der es überhaupt kann, ne? Wie sind da überhaupt unsere Prioritäten? Warte mal, Forschung läuft? Läuft. Das ist schon mal geklärt. Fertigkeiten. Haben wir denn einen Farmer? Ja, hätten wir. Und Prioritäten? Landwirtschaft, Viehzucht war das. Viehzucht ist hier. Ist natürlich auch jemand, der das kann, ne? Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen daran arbeiten. Also er, er, na, das war schon das Maximum. Miep kann das machen. Landwirtschaft 8. Okay. Ist gerade Nacht. Jetzt ist die Frage, oh, hier ist schon das jetzt doch so voll, dass da so viel drin ist. Und super, es laufen da jetzt auch noch durch, ne? Das war jetzt nicht so das Ding. Können wir das auch noch auffischen? Ja, sieht so aus. Jetzt wird das da desinfiziert. Super, oder? Okay, was haben wir denn, äh, hier ist ein Tier. Pupplet, die sind schon, Slickster-Larbe ist da unten auch noch angezeigt. Okay. Was macht der andere denn überhaupt? Wo ist denn der? Der ist hier. Das heißt, den muss man da runterlocken, oder wie ist das? Pupplet, Ei. Untätig, wild, glücklich, hungrig, unerreichbar. 10 von 75, das ist ein Bild, halt 100% Gesundheit. 25. Ja. Das heißt, wir müssen da mal weitermachen. Transport ist nix. Hier automatisch Klima, wo würde ich das denn finden? Warum ICE, Lüfter, Eismaschine, Klimagerät, Erzreiniger, Wärmetauschplatte. Ach so, da sind wir, wie weit ist denn unser Feld hier unten? Okay, da wird noch gearbeitet. Sollen wir mal gucken, dass das da auch gearbeitet wird. Aber da fehlen bestimmt Klamotten, ne? Unerreichbar, Baustelle. Nicht atembar. Okay, da muss dann mal irgendwann was gemacht werden. Pflegestation. Scherstatz werden zum Scheren von Drekos verwendet. Und Pflegestation, erlaubt den zuwesenden Viehzüchter sich um die Tiere zu kümmern. Wir haben diese Stationen seinen Notwendigbestand des Stalls. Das ist okay. Hübscher Schutzanzug, Schwertigkeitsschrubber. Schutzanzugs-Controller, Schutzanzugs-Dock. Stromregelstation, ja. Wir müssten also erstmal gucken, dass wir irgendwo eine Pflegestation machen. Ja, aber der Raum ist mir zu klein hier. Hier ist auch nicht groß. Hm. Ach, hier oben wird gerade gearbeitet, okay. Wir holen da das Eisenerz raus, alles klar. Ja. Dann. Müssen wir da mal so machen, ne? Und da können wir dann ja auch so machen. Können wir da eigentlich dicht machen? Ja, die Materialien noch holen, wäre ganz interessant vielleicht, ne? Da geht ja auch noch einer dann. Und dann bedeutet das Graben. Und dann kann man das da fertig bauen, oder? Das wäre jetzt hier, bis hierhin sollte man das bauen. Oder wie sehe ich das? Oh, Forschung ist fertig. Wir haben den Wasserkühler. Flüssigkeitswärmer. Kühlt durchgepumpte Flüssigkeit ab, erzeugt aber Wärme in seiner Umgebung. Okay. Hm. Das ist schon cool. Radiatorrohr. Also das wird dann... Ja, da müsste man kalte Luft sozusagen transportieren dann, ne? Und das ist ein Sensor, alles klar. Aber warte mal, da muss noch irgendwo was mehr sein. Da ist noch ein Sensor. Okay. Er ist da oben schon mal gut zugange. So, was wollten wir... Diesen Raum wollten wir gerade noch passend dimensionieren. Das bedeutet so und so und so und so. Und so machen wir das zu da. Dafür muss diese Pflanze aber leider... Äh, Pinotierer Pflanze. Okay, die ist verschüttet. Da muss man entwurzeln. Ja, da müssen wir gucken, wie wir da hinkommen. Hier oben ist erstmal fertig. So geht's, ne? Oder? Ja, und hier ist es natürlich auch noch machbar, ne? Dann machen wir das doch hier gerade so. Aber das war verkehrt, ne? Oder? Wird ja gerne graben. Das so. Und dann machen wir da ein Stück Leiter noch hin. Naja, lass so. So, er läuft da hin und buddelt da schon mal. Prio. Ich sitze erstmal hier auf 9. Den Raum will ich jetzt fertig haben. Weil da will ich die Farm machen, ne? Haben wir jetzt natürlich die Prio nicht dafür gesetzt. Na ja, ist jetzt egal erstmal. Da wird auf jeden Fall auch gearbeitet. Dann macht die Prio da auch noch gerade auf 9. Obwohl... Na doch, das muss schon sein. So, hier wird gebracht und wird auch geschraubt. Was macht er hier? Keine Ahnung. Die Mehlwürmer. Hier ist noch das Teil. Juicer. Außerhalb von Erholungsraum. Alles klar. Das heißt, der Raum muss da erst fertig werden. Vielleicht das zumachen und dann könnte es schon ein Erholungsraum werden. Ich weiß es nicht. Mach mal schnell wieder zu, damit da der Sklor nicht rauskommt. Genau. Okay. Das macht schon mal einen guten Eindruck hier. Äh, ne. Das war da falsch. Das ist richtig. Okay. Wieso ist jetzt hier... Wieso ist jetzt hier... Erhöht die glaube ich. Ach, dann werden die schneller. Alles klar. Teppichfliese. Erhöht die logischen Begründung aufgeschrieben. Ich habe das Winniere-Deportium plus 5. Luftdurchlässiger Ziegel. Nee, demblech. Isolierter Ziegel. Okay. Naja. Dann passiert da erstmal nichts. Da wird natürlich jetzt hier sofort das gemacht. Hier müssen wir vorankommen, ne. Nicht da. Wieder doof gelaufen, ne. Was ist mit Essen? Null Kalorien. Das ist nicht gut. Wieso weit sind die denn hier? 91. 91. Und hier? 82. 82. 83. Hm. Das mit dem R. Da ist schon mal auf jeden Fall was fertig. Das funktioniert soweit. Hier wird es irgendwie nicht weiter. Geht es irgendwie nicht weiter, ne. Sandstein fehlt, oder was? Ja, kriegt das Wasser erstmal um den Kopf. Die Flasche fällt runter. Auch blödsinn, ne. Kein Sauerstoff hier drin, ne. Ah, guck mal. Da wird tatsächlich weitergebaut. Wie viele Sandsteine haben wir denn noch? Äh. Das ist nur Erde. Wo ist denn der Sandstein? Filtermaterial war Sand. Oh, Mineralien. Ja, die sollten wir ja wohl noch haben, ne. Prio 5, okay. Essen ist knapp. Hier ist schon wieder nass. Kriegen wir das ja mal hin, ne? Mit dem Auffischen da. Wie sieht's denn mit unserem Sauerstoff hier aus jetzt noch? Das sieht ja nicht schlecht aus. Wird ja immer besser, oder? Pflegestation haben wir doch hier. Achso, das war für den Dingens, ne. Den wir da versucht haben reinzukriegen, was nicht klappt. Hm. Na, hier müssen wir den da oben reinlocken. Ich mach mal hier ein Ziegel hin. Den Ziegel hätten wir mal gerade mit einer hohen Prio machen sollen, ne. Ach, ist sogar. Gut. So. Hier oben ist immer noch nicht fertig, ne. Die basteln gerade hier richtig. Okay. Forschung ist ja eben zu Ende gewesen. Soll ich auch noch neu machen. Okay. Okay, da geht Gold. Komm, machen wir erst mal. Kriegen wir das hier dicht? Den Ziegel kriegt er nicht hin, oder was? Entwurzeln, ey. Prio hoch 9 muss da sein. Okay. Ist auch 9. So, jetzt hören wir das dann auch gleich zu. Hier ist jetzt auch Dingens drinnen. Atembares Gas und Chlorgas ist da drinnen. Jetzt muss das hier mal zu. Und jetzt lief Samen. Dekorative Pflanze. Aha. Haben wir irgendwo noch einen Blumenpott, der nicht besetzt ist? Nicht wirklich, oder? Gefällt mir alle nicht so ganz jetzt hier. So, dieser Raum ist jetzt nochmal zu da. Eine Tür muss ja auch noch rein. So, damit sind wir da schon mal soweit. Er ist ordentlich am brutzeln, ne? Da gibt's frittierte Dingens, glaube ich, ne, oder? Forschung läuft. Batterie, die wird auch nicht voll. Ist hier was weiter? Nicht wirklich, oder? Eisenfilter. Dann mach ich das mal runter gerade. Und das funktioniert ja gerade sowieso nicht, ne? Hier ist's. Wir können da ja eine machen von, ne? Medizinpackung. Ja, lass das mal so. Okay, dieser Raum ist fertig. Jetzt vielleicht da nochmal ein bisschen aufräumen. Dann ist das erstmal erledigt. Hier wird Strom produziert. Jetzt müssen wir hier noch eine Station reinbauen. So, das soll das werden. Dann muss man noch diesen... Wo ist denn der zu finden? Tieraussetzer kommt auch noch hier rein. Und Tierfütterer kommt da auch noch rein. Im Rutschrank. Wollen wir da auch noch hin. So, das muss dann alles fertig werden, ne? Oh, wir haben noch hier Punkte zu vergeben. Herzchen gibt's hier nicht mehr. Hier unten haben wir noch keinen. 3, 3, 4, 3, 2. Dann... Ästhetisches Design. Ja, nee, das will ich jetzt nicht so wirklich, ne? Ich mach mal die Tragfähigkeit noch. Tragen ist immer wichtig. Ach, das waren noch nicht alle. Da ist noch jemand. Ari. Ari kann schon grillen, ne? Dann lassen wir noch mehr grillen. So, das haben wir dann. Okay. So. Das ist hier voll, ne? Was fehlt denn hier, dass das hier nicht vorangeht? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Prioritäten liegen irgendwo anders. Hier ist, glaub ich, schlechte Luft dran, ne? Ja. Äh. Der duftdurchlässige Ziegel, der ist da vielleicht auch an der falschen Stelle, oder? Wo ist denn das Vieh hin? Da. Der Dingens ist fertig. Jetzt müssen wir noch diese Futterstation haben. Wo war die nur? Da ist es. Reichstein. Wähle Köder, Bleichstein. Kein blassen Schimmer. Wird sofort gemacht, okay. Essen, null. Objekte fehlen Ressourcen. Ja, da sind wir doch bei, hier, oder? Irgendwie geht's da nicht voran. Ah, hier oben geht's aber voran. Wie heißt denn das Ding? Äh, ja. Wahrscheinlich habe ich gerade diese Typen da alle eingemacht, die ich jetzt hier überhaupt nicht einfangen kann. Kommen wir so vor. Hm. Wo flett? Da und da. Die Larve sollte da mal hin. Und wo ist der jetzt? Keine Ahnung, ne? Irgendwo geistert er hier rum. Wahrscheinlich habe ich ihn gerade schon gehört, ne? Das Rohöl fließt hier schon rum. Also er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Wo ist das Vieh? Das Rohöl ist da, aber das Tier ist noch nicht zu sehen. Wenn wir das jetzt mal sehen würden, ne? Vielleicht ist er auch schon gestorben. Mal verhungert oder so. Tja, vielleicht seht ihr es. Ich seh's gerade nicht. Hier oben fehlt es auf jeden Fall an Strom und an Wasser oder sowas. Zack. So, das haben wir dann erledigt. Und Wasser fehlt da auch noch? Nö. So, da ist die Eingabe Kein Ei ausgewählt. Okay. Haben wir denn welche? Nein, haben gar keiner. Alles klar. Wird schon werden dann noch. Stein, 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 Sonnen, Sonnen, Show, Würmer, Salbei, Salbei. Essen gibt's da nicht. Keine Ahnung. ja müssen wir mal schauen weiß ich nicht gestaltet sich gerade schwierig das rohöl ist schon aufgewischt worden hier in den kanistern selber gerade nicht tier hier nirgendwo zu finden ich sehe es gerade nicht vielleicht ist schon wieder gestorben könnte ja sein nochmal gerade hier bitte das andere overlay erstmal temperatur hier ist es schon ziemlich warm und wo ist es kalt hier links kommen wir da ohne keime dran oder vielleicht doch aber schwieriger weg man noch mal temperatur hier oben wäre kalt und da wäre auch leichter dran zu kommen ohne wahrscheinlich oder hier ist glaube auch dingens keime aber keine keime da dann kommen wir daher an das kalte gebiet rein das bedeutet dass wir hier oben mal hingehen sollten jetzt einfach mal hier so hoch ziehen wollen dann gucken wir mal dass wir da hinkommen da ist ja eis ne da müssen wir mal gucken wie das hinkriegen da müssen wir auf jeden fall das wasser irgendwie hinkriegen sozusagen das weiß ich aber auch noch nicht so genau wie wir das hinkriegen das müssen wir abkühlen hier mal schauen er kommt schon und baut krass oder immer noch kein ei zum brüten da hier ist auch nix zum dingens machen hier mal die tiere ausgesucht die wir aussetzen wollen aber das tierchen mit dem öl ist hier nicht das ist unser größtes problem was macht man unser dingens hier ist schon gemacht flugtier köder also er mag es wohl nicht würde ich sagen primär element genetischer schlamm masse 50 da steht nix also hier geht es ja noch weiter runter fangen wir tote köder dieses tier kann mit einem flugtier köder bewegt werden tja gleich stein köder tja da kommen wir jetzt nicht weiter mit zerlegen 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 diese tür schließen oh ne das wollte ich nicht Tür auf Auto den machen wir weg und machen den neu Forschung ist durch und der kula schmiede auch die trabenderie ok sodafontäne ok durch automatisch 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 hammer macht hammer ok green signal ölbrunnen olymerpresse sauna solarmodul machen wir jetzt in erinnerung war das wo ist er jetzt hier unten wir brauchen dafür schleim haben wir aber nicht nicht so ein shit was gibt es hier hilfspaket dornblütensamen hilfspaket heilpille dreimal verfügbar nur ein und das ist eine medizin und das das essen können wir einpflanzen ich glaube das nehmen wir menschen kann ich jetzt also duplikanten kann ich jetzt nicht gerade gebrauchen einfach aus dem grunde weil wir schon genug haben wo waren die die waren hier schon überall was eingepflanzt ja lichtoverlay ok da geht nichts mehr hin temperatur ist jetzt noch die frage da ist wahrscheinlich zu warm oder ja müssten in diesem bereich noch was mit da sind schon ein paar zimmer wie ist hier mit temperatur hier müsste könnte es gehen ne machen wir mal gerade hier noch ein paar blumenbeete hin ne das war bei nahrung dann brauchen wir noch eine lampe da da ist sie doch zack und dann stromkabel da dran gucken dass das fertig wird zwei türen hier noch hin läuft der raum oder da noch mal da noch mal zu ja hier ist jetzt das der raum für ihn ja aber ich weiß nicht wie ich ihn da hin ah der poplett ist schon mal hier tür zu jetzt müssen wir hier noch so ein teil aber wie kriege ich den da hin ist die frage ne ne nahrung war der ja und der war das aber ich habe keinen schleim das wollte der ja essen ne wenn der da rein geht ist schlecht hm 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 tja er läuft gerade runter das ist jetzt nicht verkehrt hm 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 würde ich sagen würde ich sagen wäre gut wenn er noch weiter runter geht ja hier sind noch ganz viele sachen sehe ich gerade so ne ach jetzt geht er ganz hoch alles klar die sind ja hier irgendwie noch so zum zerlegen ne was war das jetzt was war das jetzt schleim den hat er jetzt raus geschmissen das muss ja alles noch zerlegt werden hier weil da soll ja die rutschstange noch hin ne so sieht es doch schon ganz gut aus der pflet ist jetzt hier unten schon mehr schön wenn er hier weiter rein kommt ja das ist nicht verkehrt wo du da gerade hin fließt so und der andere der ist kaputt gegangen ich finde den nämlich nicht oder sehe den nicht der hat uns hier ein bisschen rohöl gelassen und das war's oder ich glaube der hatte keine gute umgebung ist dann gestorben ich sehe ihn auf jeden fall nicht mehr hier ist ein klein bisschen weiter gearbeitet worden aber nicht sehr viel hier oben dafür umso mehr hier oben friert es ja ne sind schon fast da drinnen sozusagen dann würde ich sagen graben wir hier vielleicht nochmal gerade so ein bisschen darüber so machen wir das und dann müssen wir gucken dass wir da hinkommen und da müssen wir dann schauen und die drei dinger sind jetzt nicht so wild dass wir da leitungen verlegen sanitär hier müssen wir definitiv dieses radiatorrohr machen so das würde ich dann so sagen macht man so so und so und dann brauchen wir ein isoliertes rohr das dann da weiter geht so dann geht das da lang und das geht da lang den letzten schnell wieder weg der war nämlich zu weit und da müssen wir gucken dass wir da hinten hin kommen ob das so sinnig ist ist natürlich die nächste frage aber mal gucken großbaustelle auf jeden fall werden wir sehen dann wenn es soweit ist ok aber diese folge ist schon viel 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 zu lang da habe ich schon wieder so lange jetzt hier das gemacht dass wir da schon die ganze zeit dran sind guck mal hier da achso pflanzen dann haben wir keine mehr dann da pflanzen ja ich könnte es duplizieren dann einfach machen na so 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 passt es dann Wasser fehlt da Wasser fehlt da genau und das Problem was wir gerade haben ah stopp wo kriege ich das Wasser her und hier oben am besten Tja und so läuft es dann ne und ja dann würde ich aber sagen sollen wir mal besser Schluss machen weil schon ewig die Folge ist wir haben zu ein bisschen Essen das geht schon mal also da sind wir dran am kämpfen ich sag mal recht herzlichen Dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo habt macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch falls ihr die Glocke noch nicht an habt dann macht die an kriegt dann mit wenn ich das nächste Video hochlade und ja Kommentare herzlich willkommen schreibt wieder mal was rein vielleicht habt ihr ja diesen komischen Slicker da gesehen und ich habe ihn nicht gesehen aber ich glaube der ist gestorben ja und dann teilt das Video auf all euren Kanälen damit andere auch noch was davon haben ne alles klar bis dann tschüss tschüss Vielen Dank.